No, mir gefällt ganz und gar nicht, wie du da schwankst. Hast dich wohl wieder am heiligen Wein vergriffen. Du bist beschickert. Du versoffenes Mauntier, du. Ho, Mäusche, ho. Haltet ein, mein Freund. Ihr habt soeben das Gebiet von Robin Hood und seine lieben Brüdern betreten. Schwuchte? Nein, 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 nein. Wir sind Täter. Nur warmherzig. Ah, sorry. Und willst du mir wohl verraten, wer du bist mit deiner ungewöhnlich langen Feder am Hut? Ich bin Robin von Loxley. Robin von Loxley? Ich komme soeben von Jungfermerien. Der Holm, der du gestohlen hast, das Herz, du König der Diebe, du. Ich kannte ihre Mutter und ihren Vater, bevor sie de Pest dahin gerafft hatten. Lord and Lady de Brütschen. Weißt du, ihr seid wie geschaffen füreinander, du und Jungfermerien. Was für eine Kombination? Loxley und Brütschen. Da fehlt nur noch mehr Rettig. Und wer seid ihr? Ich bin Rebbe Tuchmann, Hoflieferant für Heiligen Wein und Mohl Extraordinär. Tag hier, Rettig. Schalom, Freunde. Mohl? Ich glaube nicht, dass ich von diesem Beruf bereits gehört habe. Der Mohl? Das ist ein unglaublich wichtiger Kerl. Der macht ja Beschneidungen. Was? Was, so sagt Werthermann, ist eine Beschneidung? Oh, das ist der letzte Schrei. Die Damen sind ganz scharf drauf. Oh, dann will ich aber eine. Oh, ich will eine. Oh, ich will eine. Oh, ich will eine. Merk mich auch mal vor, ich will eine. Ich bin dabei. Wie wird das gemacht? Das ist ein Klacks. Ich nehme meine kleine Maschine. Ich nehme dein kleines Dinges. Siehst du? Ich stecke ihn in dieses kleine Löchlein hier rein. Und nüppst der Spitz. Na, wer will zu essen? Äh, ich hab's mir anders überlegt. Ich hab ganz vergessen, dass ich schon eine hab. Christ. Ich muss mich wohl an eine viel jüngere Zielgruppe wenden. Rabbi, ihr scheint auf der Seite der Guten zu stehen. Möchtet ihr euch uns anschließen und mit eurer Weisheit zur Seite stehen? Eurem Rat und, ähm, vielleicht ein bisschen was von eurem Wein? Naja, Weisheit und der gute Rat.